Berlin-Neukölln. In diesem Häuserblock leben mehr als 500 Roma. Immer mehr Familien aus Rumänien sind in den letzten Monaten hierher gezogen. Die Gegend heruntergekommen. Deutsche wohnen hier kaum noch. Die wenigen, die geblieben sind, haben für ihre neuen Nachbarn wenig übrig. Ist es normal, dass da zwölf Personen in einem Raum schlafen und wohnen und hinten dann das ganze Gelände vollmacht mit nasse Wäsche aufhängen? Ist das normal? Und dass die Kinder die 8-Jährigen nachts um 1 Uhr da draußen umeinander krabben? Also wenn das nur normal ist, aber ich bin jetzt hier in Berlin oder bin ich in Ausland? Im Grunde genommen ist hier eigentlich ganz ruhig wohnen gewesen, bloß das hier. Sie hören es ja. Das geht den ganzen Tag und dann abends um 10 Uhr geht das immer noch, weil die schicken ihre Kinder nicht ins Bett. Ich habe die Schnauze voll hier. 13 Jahre wohnen ich hier. Jetzt kommt so ein kleines Schemme hierher. Schlösser an den Türen gibt es hier nicht. Sie stehen Tag und Nacht offen. Die Müllcontainer quellen über, weil es viel zu wenige gibt für die vielen Menschen, die hier wohnen. Essensreste locken Ratten an. Die Treppenhäuser wurden schon lange nicht mehr renoviert. Gegenüber von den Häusern ein türkischer Autohändler. Die neuen Nachbarn mag auch er nicht. Die Roma, glaubt er, schrecken seine Kunden ab. Deutsche Leute haben schon Angst, ein bisschen Ausländer. Und ein Haufen Ausländer sieht hier. Trotzdem geht er weiter. Kommt er nicht rein. Auto gucken oder kaufen. Seit dem EU-Beitritt dürfen Rumänen und Bulgaren unbeschränkt einreisen. Viele werden von Schleusern ins Land geholt, arbeiten hier illegal. Politik und Behörden gehen davon aus, dass die sogenannten Wanderarbeiter nur kurz bleiben und dann wieder zurückkehren. Ich glaube, das ist ein Problem, was bleiben wird. Das ist eine Armutswanderung, Binnenwanderung in der EU. Und die Menschen werden hier bleiben. Ich glaube, dass viele das Problem noch gar nicht gerafft haben. Also inklusive der Verwaltungen und auch der Politik. Die haben da auf der Straße gewohnt, habe ich gehört. Und die kennen keine Ordnung. Die sind das nicht gewohnt. Schauen Sie sich das an. Das sind dann so, wenn die Wut am Felder sind. Also die Aktion müssen Sie quasi täglich starten. Täglich. So, komm mal runter. Mein Freund, der Müll da oben, bringst du bitte in die Mülltonne, ja? Dein Müll, da ist Mülltonne, nicht in dem Flur. Nicht, ja, ja. Jetzt möchte ich mal gerne wissen, was die mit dem Rumpel machen. Und zwar tut mein Mann, das ist ein Sperrmüll. Machen Sie den Termin. Und was ist das hier? Das ist nicht meine, das ist gar nicht meine. Der gehört keinem, ne? Nein, 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 meine ich das wirklich nicht. Wo ist dein Keller? Das ist ihr Keller. Das ist entsprechend auch gewütet. Ja, was man so Keller nennt, ne? Ja, das Chaos, wie gesagt, ist entstanden, weil die eingebrochen haben und gewütet haben. So, ich mache jetzt einen Termin, wo ein Trumpet wird. Da fangen wir wieder bei der Stunde nur an. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, sind Sie mal nicht böse, aber mich kotzt das nicht. Wo ist dein Keller, bitte? So, was kann da weg? Der ist kaputt, wie so diese Tür, ja, ne? Es ist immer so. Auf. Auf, ja. Ja. Und da kommen andere Leute und ich weiß. Aber das sind noch keine Sachen, die Sie noch gebrauchen, ne? Aber bitte, einfach auch noch halten. Deine Mühe, wenn du den nicht da raus... Ja, jeden Mal, ich mache. Nur heute, ne? Ja, ja, heute, weil ich gekommen bin. Hast du, wolltest du mich ärgern, ne? Ja, aber habe ich viel... Aber du verstehst noch gut Deutsch jetzt, ne? Du verstehst mich doch gut, ne? Ja, ja, du machst schon einen Fortschritt. Ja, ja, du machst schon einen Fortschritt, ja? Wir müssen das ein bisschen in den Fressen bringen. So, dann gehen wir mal hoch. Hallo? Alles klar? Hast du den Möbel schon weggebracht? Ja. Die sind nicht gewohnt, die kann man nicht normalisieren. Da ist schon alles verloren. Sie sehen da, der ist besoffen, hat Drohren genommen. Ja, und was soll ich denn da machen? Soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Nur weil ich jetzt wissen würde, wem der Keller hört. Der macht, wie der entrümmt wird. Werden Bürde gemacht. Da können Sie gucken, wenn der Keller entrümmt ist, und ich mach die Latte wieder ganz, kommen Sie in einer Woche, sehen Sie das Gleiche. 120.000 Prozent, so ist das. Ja? So, da kommen Sie, jetzt können Sie wieder was Schönes sehen. Schöne Häuser. So, das ist jetzt hier wieder Idyllipo, ne? Da haben Sie hier Blümchen und einen Meter weiter, dann sieht das dann aus wie grauen Rüben. Wir brauchen Sie nix zu machen. Ja, nix. Wir müssen doch nicht mit der Birne wechseln. Da ist doch schön ruhig, man hört nix, man sieht nix. Da ist doch Volker Belunke und Ungeretz, hier arbeitet beim Lidl, der Bühling. Ja, und dann ist hier eine eingeschorene Gemeinschaft. Hier kennt einer den anderen und man geht, wie sagen wir, freundschaftlich miteinander um. Ja? Da gehen Sie nur über die Straße, das ist schon so dem Ungemor. So, da steht die Garage jetzt wieder auf, das ist unbeaufsichtig, es blinkt ja. Warum? Die Leute fahren raus, die Kinder kommen vorbei oder irgendeiner und drückt dann auf diesen Knopf. Dann geht hier nichts mehr, dann geht das Tor auf. Und dann sind die da drin und fangen dann an Randale zu machen. Was mir jährlich aussieht an Vandalismus-Schäden, das ist schon nicht mal zu verstehen. Die spielen, die Kinder, und dann wird hier Unfug getrieben, etc., etc. Feuerlöscher werden zweckentfremdet, die werden rausgenommen. Ja, der ist auch weg, mit Sicherheit. So, sehen Sie? Ja, schon wieder. Der ist zweckentfremdet worden. Dann ist immer hier ein Schloss drauf und hier ist ein Glas mit dem Schlüssel drin, das ist Sport. Ja, und dann ist es der Feuerlöscher, der wieder weg ist, auch geklaut. So schnell kann ich die ja nicht nachfordern, wie die mir die weghauen. Naja, da wird mir langsam Spaß, das Eierlein und so. Ah, da kommt der böse Mann, der immer die Tür auflässt. Hi, hast du jetzt die Türe zugebracht? Nein, geht nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. War dann hier einer drin? Nein, keine. Aber da wollten schon zwei so kleine Babys reinigen, aber geht nicht. Raus hier, da ist keiner, kein Spielplatz hier, da ist Garage. Da spielen die hier Fußball, da gehen die Lampen kaputt. Da wird gepinkelt da um die Ecke, da stinkt wie, will ich nicht sagen wie, ja. Überall kippen und sogar, also ist schrecklich. Ja, da sind wir schon überlegen, ob wir uns eine andere Wohnung suchen sollen, weil hier ist eine normale asoziale Ecke geworden. Tut mir leid, dass ich so sagen muss, aber ist so. Ja, da kommen Sie mal. So, hier habe ich schon Präservative gesehen, gebrauchte Binden. Hier sind eindeutige Spuren, dass sich hier jungen nicht aufhalten. Ja, da wird hier Geschäftsverkehr gemacht. Hier haben Sie schon übernächtigt. Das ist schon heftig hier, ne? Das ist die Enttäuschung schon wieder da. Ich habe gedacht, hier ist Ruhe. Und wird da immer schlimmer. Und wird da immer schlimmer. Und wird da immer schlimmer. So. Da haben Sie aufgeräumt, ne? Ja, mal aufgeräumt. Haben Sie sauber gemacht, oder was? Nein, Papier haben wir wirklich aufgeläumt. Ja, ja. Hallo, schon zusammengekehrt. Ja, das waren wir nicht. Das war die andere Seite. Ja, ja. Hallo, alles klar? Der Mieter sollte seinen Keller entrümpeln. Zwölf Tage hatten er und auch seine Nachbarn dazu Zeit. Viele von ihnen leben von Hartz IV. Ja, ja. Und 404, schon voll. Da muss ich mich da rumschlagen. Weißt du, was da machst du? So, schon Stempel, ja? Schon eine Kasse Bierhalle, hast mich gefunden. Ach, nee. So. Das geht noch, ne? Aber hier ist schon wieder alles voller Dreck. Die Eck. Können Sie sich noch erinnern? Die Tür hinkt dann noch ein bisschen in der anderen, ne? Die sind ganz kaputt. Ja. Da tut sich nichts, ne? Mittlerweile ist es, hat sich auch hier kaputt geglaubt wurde. Also wir müssen hier, nützt alles nicht, irgendwas mit Stab machen. Und dann kostet ja wieder Geld. Und wer bezahlt hat, die Stadt Köln. Wer ist die Stadt Köln? Mir Idioten, die auch bedienen. da hat man. Vielen Dank.